Willkommen hier in der Löwegalerie in München. Wir haben hier den brandneuen Reference ID mit 46 Zoll ausgestellt. Den gibt es natürlich auch mit 40 und bald mit 55 Zoll. Hier könnt ihr ein bisschen die Daten ablesen, aber wir schauen uns jetzt lieber mal das Gerät von vorne an, denn es hat ein echt schickes neues Design bekommen. Ihr sehen könnt, wir haben vorne vor allem unten immer noch das schöne Löweauge, aber auch ein 160 Watt leistungsfähigen Lautsprechersystem unten eingebaut, was natürlich sehr schön ist für euren Sound zu Hause. Subwoofer dazu kann man auch noch kaufen mit natürlich noch mehr Watt. Oben haben wir hier die Menüknöpfe jetzt spendiert bekommen, da das Löweauge etwas weit unten gewesen wäre, beziehungsweise auch wenn man es an die Wand hängt, kommt man hier noch ganz gut ran und interessant ist vor allem auch noch, es ist natürlich sehr schön dünn gelungen und wie gesagt, das kann man auch an die Wand hängen, nicht nur unbedingt mit dem Standfuß hier benutzen und die Anschlüsse kommen wie immer alle über ein verstecktes Kabel unten hinten heraus und hinten habt ihr wirklich auch eine schöne Optik, die auch noch Hintergrund-LEDs bekommen kann und von vorne seht ihr wirklich auch ein sehr schönes Bild durch das E-LED-Panel und vor allem ist es auch nicht spiegelt. Ihr könnt mich hier gar nicht mit meiner Kamera im Bild sehen, da ein sehr hoher Kontrast hier erzeugt werden kann, genauso wie bei der brandneuen Individual-Serie, die ihr auch in unserem nächsten Video anschauen könnt. Und ja, das ist natürlich ab sofort erhältlich, wie gesagt, den 40 Zoll, den 46 Zoll, den 55 Zoll dann auch bald und entsprechend noch größere Größen sind auch in Vorbereitung und vor allem mit der Hintergrund-LED einmal komplett außenrum wird es dann auch noch einen sehr schönen Effekt geben, wie ihr ihn eigentlich schon hier ein bisschen unten auf dem Boden seht, wenn ihr es vor allem auf der Wand aufhängt, mit natürlich Kontrasteinstellungen. Mein Name ist Balaschkal, das war hier der brandneue Löwe Reference-Design-Fernseher mit einem Full-HD-E-LED-Panel, ab sofort erhältlich, auch mit sehr gutem Energiewert, wie ihr sehen könnt. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist Balaschkal.